Wir sind jetzt wieder unterwegs. Es gab nämlich eine kleine Planänderung, dass wir dem hinterherfahren, was wir da am Himmel gesehen haben. Was auch immer das ist. Was ist denn da? Paul, halt an jetzt! Das sieht nicht nach Flugzeugteilen aus, wenn man nicht fragt. Leute, stellt doch mal vor, wir wären die Ersten, die das hätten. Unidentified flying objects. Irgendwas ist dann weit. Was du da für das Essen? Sleeve, ich fahre hier weg. Oh Gott! Nein, 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 nein! Was ist das für eine Kranke? Scheiße hier! Nein, 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 nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein! Das ist das! Gott! Mann! Gott!